Willkommen zu einer spannenden Folge dieses Adventures. Ich möchte mal kurz zusammenfassen. Wir sind im Krankenhaus. So, das ist mir geil. Und obwohl wir am Anfang schon so Zombies erschossen haben, hat sich das jetzt in eine ganz andere Richtung gedreht. Auch ein Kind. Ja, Adventure-lastig. Teilweise angenehm verschoben. Ich finde das alles in allem sehr schön. Aber am Ende doch immer noch ein bisschen unbehalten. Nö. Du hast Unrecht. Das so richtig immersiver Effekt stellt sich hier nicht an. Ich erlaube es nicht. So, jetzt gehen wir hier runter. Vier Yards nach unten noch. Oh, eine graue Wand. Wie kommen wir da runter? Wir besuchen jetzt den Mann, der die Leiche schändet. Wie kommen wir da runter? Oh, Geld. 30 Mark. Da haben wir die gleich wieder drin, als wir die Zivilisten letzte Runde verbunden hatten. Nicht die Musik ausmachen. Die war so schön. Warum steht eigentlich bei jeder Tür ein Do-Not-Enter-Schild? Ist das die Klinge? Absorb erstmal. Ach Mann ey. Entschuldigung, hätte mal Geld für gekriegt. Ja? Stimmt. Wahrscheinlich. Aber hier observe ich erstmal. Looks like der doch war's gelockt. Schauen wir mal rein. Shall we? Cool, noch mehr Gänge. Also wenn man das selber, und da du jetzt in der Kontrolle bist, ich hab völlig die Orientierung verloren. Ne, wir müssen raus, die Treppen hoch, zweimal links, dann nach rechts. Ja, ich konzentriere mich die ganze Zeit auf die, 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 die unwichtigen Sachen. Wenn du hier durch die Gänge raus sprich die ganze Zeit die, die unwichtigen Dinge rein. Müssen wir hier rein? Oh, Snacks. So, erstmal das Geld. Uppala. Häufiges Speichern ist doch sinnvoll, oder? Ja, ich glaub, Zombies kommen erstmal nicht. Warum hat er eigentlich keinen, der... Was kostet den einen Dollar zu speichern? Nein, 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 nein. Warum hat er eigentlich keinen, der, der, der Dorfbewohner bisher auf diese, dieser Geschehnisse angesprochen? Meinst du das Ermittlungstaktik? Ja. Der will die nicht zu sehr verunsichern. Die Preise sind ja hier genauso hoch. Beziehungsweise er sieht vielleicht irgendeine Verschwörung. Hm. Und denkt sich, ähm, ich, äh, äh, spiel hier den Naiven. Kluge Francis-Yorken. Ja, also das ist jetzt nur eine Theorie. Das ist keine Theorie, das ist, wie die FBI-Agenten arbeiten. Ich guck erstmal hier in das Fach ein. Wo ist denn jetzt, wo ist denn Usher? Shelf for Storing Bodies. Das sieht aus wie in meinem Schlafzimmer. Unless we really need to. Hä? Warum ist das wie mein Schlafzimmer gemacht, der Raum? Oh, guck mal. Da, ich hab auch zu Hause, da ist sind so, so Schubladen in der Wand und da schlafe ich drinnen. Und das ist immer so ein bisschen kalt, aber wenn du eine Decke drunter legst, ist es immer kalt. Wie so weit wie die Decke? Hm? Wie die Decke hier auf dem Tisch. Mhm, aber die lege ich nicht über mich drüber, sondern drunter, weil das Metall so kalt ist. Warum können wir jetzt nicht da rein? Weil die Tür drüber. Ich find das immer schön, wie Francis Jorken morgen durchs Ansehen der Türen herausfinden kann, ob sie offen oder... Diese Ds zum Beispiel sieht aus, als wär sie offen. Und die andere sah aus, als wär sie zu. Also, wenn ihr Polizisten kennt. Oder wenn... Du kannst auch selber Polizisten. Ja, aber warte. Aber die haben eine Zwischensequenz. Der spielt Schach. Oder leise. Oh, Schach. Sorry, dass ich dich warte. Ah, du hast es geschafft. Let's get started, shall we? Oh, der sieht aus wie der Sänger Asher. Dr. Asher Johnson. Das ist Agent Morgan, aus der FBI. Hm, schön, dich zu treffen. Ich bin Usher Johnson, der Doktor in diesem Hospital. Der ohne Lichtdoktor. Ei, ei, ei. Nicht Agent York. Im Drive-Fileshooting wahrscheinlich. Ich sehe. Well, das war ziemlich Spaß. Oh, ich bin froh, dass du es liebst. Der ist neidisch, der George, dass der mit dem Asher nicht so gut war. Weil der ein konservativer Dörfler ist. Und der Francis Jork Morgen ist aber ein ganz offener Städter. Und deswegen mag er Schwarze. Ich fand das auch schön. Ich fand das auch schön. Ich fand das nicht so gut. Ich habe dich gerade gefühlt. Ich habe ihn auf dem bhakt. Und das ist ja so gut. Ich habe die Scheine. Die Scheine. Ich habe ihn doch wieder Güten. Ich habe sich nicht so gut. Wie war es? Ich bin ja, ich bin ja. Das ist auch schon gut riesig. Ich bin erfahrt. Aber viele Menschen werden nicht so gut. Ich bin genau. Ich bin ja. Deine Menschen ist nicht so gut. Hallo Her wird verbreitet. Ich denke, hätte er die Fallen lassen versehentlich. Tod durch Bauchsschnitt. Aha. Ich wusste es. Warum bin ich kein... Forensiker. Das ist natürlich brutal. Brustbein. Wie war das? Das war die... Die Nelly hier. Emily. Hab ich doch gesagt. Wahrscheinlich unter Drogen. Was? Ist auch ausgeschnitten. Hatte die Hand im Mund von der Befühlt den Stumpe Jetzt ist so leichte Jazz Schon gar nicht mehr so schlimm Ja, das ist witzig Wie sich die Wirkung ja gleich verändert Einfach rum Oh, die beschreiben dich Ja Einsam oder ziemlich sadistisch Kann sich das aber gut aus Ach so, okay Profiling Oh, das ist auch witzig Der ist so ein Filmwissenschaftler, wenn er nicht gerade FBI-Agent ist By the ending song Blue Moon Aha George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? Oh, so I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these Profiling? Oh Absurd Der überlegt es Wie könnte das sein? Looks like a trustworthy doctor Guck mal, ob die Schlange noch in dem Bauch drinne wohnt Evaporated liquid Okay 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 Okay, das stammt Ja, sehe ich gerade nicht Guck mal, guck mal auf die Schulter Stunning in die Hölle Dev, aha Handflächen, ja Stigmata Holding something Around six hours after that Ja, aber ist wie so eine Art Amulett Ich wette, das müssen wir finden, dann da reinlegen und dann passiert ein Zauber Coffee Black Ladebildschirm Cool In welchem Spiel hatte ich auch so So blöde Ego Warte mal From her lack of resistance I'd say that Anna's injuries happened very quickly Unable to speak She was then left to cry herself to death Zach, it's all starting to come together No, I'm sorry Traitor Stayed with her for at least Two hours until it stopped raining At the estimated time of her death It was still raining But you can still see tear marks on her cheeks That means she was killed under a roof She was then carried into the woods after it stopped raining Hm, das klug There is one other thing Her tongue was removed with a very blunt knife In fact, it's more likely was simply chopped off Asha Are you a passionate man? Well Not particularly I'm But I'm a man enough Should the moment call for George, how about you? I'm very passionate Yes Especially when it comes to women But I don't see what that has to do with anything There are some of them From the down The perpetrator is just like you He's passionate about women He's a passionate kisser This was a kiss of death The perpetrator Bit off honest, Tom We'll never get a dental print from a wound like this But this is still a big lead He's got a big bag I think He's the judge, he's the murderer I can see I don't have any doubts I don't have anything to do with that I don't have anything to do with that I'm assuming I'll need you to assist me in the investigation What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate But you can't think I did this That's not why I'm assuming command, George You're a suspect just as much as every other passionate man on earth Let me show you something What is that again? Samen or something Yeah, but what exactly? Roteichen 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 Here you go Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions But most of the details are top secret Man kann den Rock hochgucken Oh 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 George Emily We should be going No need to stay here any longer Okay I have to sign the release Just give me a moment Very well I'll go on ahead I can't take it any longer down here That is Stubelschwan Bishop takes Queen His Rook takes your Queen Then your knight takes work And check me Huh? Er is hin und weg Er is verliebt, glaube ich Der, 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 der Arzt hier Asher Ah, naja, der hat ihm My first victory in the Grandmaster Ranking Ach, der hat ihm gerade die Züge gesagt Aha Der hat auch einen Job da Da würde ich auch Arzt sein Kannst ja ja weiter weg wohnen Da, der hat ja nichts zu tun Oha Oh, komm mal, Traumsequenz Beziehungsweise Unterbewusstseinssequenz Cool Bedrückende Herbstimmung Es ist so bedrückend Hmm Sag, they're here Ja, sie sind da Wer genau das ist Das, wüsste ich Diese Frage stellt sich einander mal Ist sie mit hinter uns? Nein Das ist gar nicht Eigentlich, das ist üblich Es geht gar nicht weiter Wir sind gefangen hier Denkst immer sehr In der nächsten Folge von Tödliche Promunition 2 Äh, eins Der Promunition Der Directors Cut Der Directors Cut Erfahren Sie die Antworten Jetzt In der nächsten Folge Danke fürs Zusehen Ihre Familie Bitte abonnieren, danke Ihre Familie Nick und Jans Überweisen Sie das Geld Das Treuhandkonto Tschüss